Moin Moin aus Port Canaveral. An Bord von Aida Luna wird Stefan Marquardt heute Abend das Rossini rocken. Um seinen 120 Gästen die kulinarischen Erlebnisse auf den Teller zu bringen, hat er schon gestern angefangen zu kochen. Wir sind in der Main Galley von Aida Luna und schauen Stefan Marquardt bei der Produktion für sein Rossini-Menü einmal über die Schulter. Im Moment schaut es so aus, die Tendenz geht dahin, dass wir ein Carpaccio machen, irgendwie mit Melone. Wir gehen jetzt ins Rossini und freuen uns drauf, von Stefan Marquardt verkocht zu werden. Ich finde, wir waren heute das Dreamteam, wurden natürlich unterstützt vom Küchenteam hier, was normalerweise in Rossini arbeitet. Ich hoffe, die Gäste waren ganz glücklich, wir haben ein ganz gutes Gefühl. Es war einfach nur eine Geschmacksexplosion und das Dessert war für mich die Krönung. Und was gibt's zum Essen? Unser alter, wilder Teamteller. Wir haben ein wunderschönes Carpaccio mit selbstgemachtem Kaviar auf einer gedörrten Melone. Das ist so eine Pienischmelze und eine Zwiebelmayonnaise. Ich rufe, den es zu erhalten, indem wir in den Bosch und dem Gemäldонов eine g Sedikalung, die Sch Schnellmaschine ver fighting. Jenos hat immer wieder eine Gäste, die sich im Krieg auf der klassischen